Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil vom Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch. Ich bin natürlich dasselbe wie immer. Und ich habe mir gedacht, ich spiele jetzt noch einmal mit Wrestler Pikachu. Mit der haben wir jetzt noch einen Teil gemacht. Mit der anderen schon lieber zwei. Und dann probieren wir es nochmal mit Impoleon. Und dann schauen wir mal weiter. Also, erstmal nochmal Wrestler Pikachu. Und meine Natara will ich natürlich haben. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Man weiß ja nie. Auf geht's. Klebunkel. Oha. Francesca aus Italien. Na, der hat sich ein schweres Pokémon zum Kontrollieren ausgesucht. Also mit Klebunkel könnte ich nicht kämpfen. Haben wir ja schon gesehen. Aber er ist immerhin schon Gruppe D5 da mitgekommen. Oder er hat mit jemand anderem gespielt bis Probe D5 und dann irgendwann mal Klebunkel. Okay, schauen wir mal. Francesco, los geht's. Ich hoffe, es wird ein guter Kampf. Mit einer guten Internetverbindung, hoffe ich. Dauert mir schon wieder zu lang. Was ist mit dem los? Was ist mit dem los? Perfekt. Wahrscheinlich war er kurz abgelenkt. Ich weiß es nicht. Aber gut. Ich meine, wenn man schon online spielt, dann sollte man sich lieber nicht ablenken lassen. Ich weiß es nicht. Nee, du machst diese Attacken nicht bei mir. 2-0. Ich weiß jetzt nicht, woran es lag. Dass er am Anfang leider kaum oder gar nichts gemacht hat. Aber ich meine, jeder ist selbstverantwortlich dafür, was er macht. Im Hintergrund oder so. Und ja. Tut mir leid, Francesco. Gut, wir suchen uns den nächsten Gegner. Aber für uns ist es immerhin ein guter Anfang für diesen Teil. Denn wir haben den Erstkampf gewonnen. Und das ist doch schon mal gut so. Neue Herausforderer. Wen haben wir da? Ja, der Queen. Aus dem Feindlichen Starten 496 Sieg. Und da Grei. Oha. Schauen wir mal. Gruppe B5. Okay, das wird nicht leicht. Aber vielleicht haben wir eine Chance. Wir hatten schon mal ganz gute Kämpfe gegen Gruppe B oder A sogar manchmal. Haben dann zwar immer meiste 2-1 verloren, aber wer weiß. Oh, ich habe eigentlich auf Anknüpf getrückt. Oh. Ich habe eigentlich auf Anknüpf getrückt. Nichts. Nein. Ah. Lass mich hier ruf. Nein. Okay. Naja, wer weiß. Vielleicht gehen wir mir trotzdem noch. So hat es ja bis jetzt eigentlich immer angefangen. Was macht der da eigentlich die ganze Zeit? Als wir hin und her fliegen oder sowas? Oh, das gibt es auch nicht. Oh Mann, immer wenn ich mein Limit mal anmachen will. Ach so, Mist. Die hat aber echt gut getimt ihre einzelne Sachen da gemacht. Also die geht echt gut voran mit dem Darkrai. Sehr gut gespielt auf jeden Fall. Muss ich sagen, also... Respekt. Die kam mit dem echt gut klar. Wieso? Und schau mal den nächsten Gegner auf jeden Fall. Und schau mal, wie weit wir da kommen. Weil ich krieg mir eine Revanche. Ich mag das eigentlich immer, wenn man nochmal so eine Revanche kriegt. Auch wenn man vielleicht keine Chance hat, dann immer noch. Aber ich mag es irgendwie. So, irgendwie leider keinen Gegner gefunden. Da haben wir schon mal eine neue Herausforderung. Wen haben wir? Da Greifu. 1.325 Sieg aus der Fallen Schadengruppe B4. Mit Schatten-Youtube. Gute Nacht. Naja, da bin ich ja mal gespannt. Das wird auf jeden Fall nicht leicht. Ich hab ein Mutuell zwar nicht viel aus, aber dafür ist es verdammt stark. Wenn hier jemand schon Gruppe B ist mit dem... Nice! Nice! Nein! Nein! Was soll das? Ich hätte ihn gehabt. Oder die. Der Ball war aber schnell. Alles klar. Was soll der Ball war. Das ist der Ball war. das bringt natürlich nichts naja das wusste ich ja vorher schon dass ich das natürlich verliert das wäre es jetzt auch voll gewesen wenn ich gewonnen hätte so wie sind wir zehn minuten das heißt wir können sogar noch im kampf naja probieren wir es nochmal mal gucken wie wir jetzt finden als sie kam mir sogar schon sehr überlegen vor also der hat sich ja kaum mühe gegeben hier haben wir den kurs aus amerika mit 125 siegen und ich sag jetzt mal meine ruhtena oh gott ich habe heute auf der arbeit müssen die bunda weiter trainiert und hatte gegen ruhtena aus sehr schwer gespielt ich hatte so gut wie kaum chancen irgendwie ich weiß auch nicht mit so gut ist gut auf jeden fall ja 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 Ich kenne zwar die Attacken von Routena, weil irgendwie ist da so ein bisschen der Wurm drin. Nein. Nein. Oh Gott ey, das gibt's doch nicht. Heute ist kein guter Attack in Routena, das habe ich heute schon auf der Arbeit wie gesagt gemerkt. Unfassbar. Cross echt gut gespielt. Klasse. So, nach 2 Minuten 15 schaffen wir da noch einen Kampf. Komm, einer geht noch. Dann haben wir 16 Minuten. Irgendwie bin ich gerade so drin am Verlieren. Na gut, werden wir schon extra verdienen. Snibuna aus Deutschland, der Edgi. Hey, Edgi, hallo. Willkommen auf YouTube, falls du dir das anguckst irgendwann. Morgen. Morgen ist das Video online, ja. Also Sonntag. Gruppe D5, mal schauen. Mal schauen mal hier, wenn dir eine Chance. raus. Na, falsche Richtung! Hm. Das sieht irgendwie schlecht aus. nein er macht sehr viel konnte habe ich gemerkt nein komm ich jetzt auf dann halt so die beste methode um irgendwie zum gegner zu kommen geht doch 1 1 es tut mir leid aber ich freue mich die letzten drei kämpfe habe ich verloren wenn du mir das video anguckt hast du vielleicht auch gesehen da freue ich mich auch nicht wenn ich mal vielleicht gewinnt ja ja Bis zum nächsten Mal. Nein. Doch. Mist, zu früh gedrückt. Wuhu. Aber es war ein guter Kampf, hat mir Spaß gemacht. Vielleicht sieht man sich ja auf YouTube und vielleicht auch hier noch einmal. Und zum Schluss doch noch mal ein Sieg. Yay. Und wir haben 16 Minuten voll. Das habe ich gesagt. Fünf Sterne Bewertung. Danke, Adki. 50 Punkte, die ich vorhin verloren habe insgesamt. Ich habe ja mehr verloren, aber egal. Und ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann am nächsten Morgen dann wieder und ich hoffe ihr seid wieder mit dabei. Das war Pokémon Tekken X auf Nintendo Switch. Mit mir von der Gameplayers als Hobby und Wrestler Pikachu. Und ab dem nächsten Teil dann Versus noch mal mit Impuleon. Und danach habe ich ja mit dem so gesehen auch wieder zwei Teile gehabt insgesamt. Mit vor ein paar Tagen den ersten. Und dann gucken wir mal mit jemand an kämpfen. Okay, bis dahin. Viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal. Und vielleicht bis da auch zu einem anderen Let's Play. Viel Spaß und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.